Hallo und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2. Ja, und wir sehen uns Donnerchen, alter frische Morgen wieder, denn es ist John nicht gestattet in seinem Haus zu schlafen. Oder seinen Mantel auszuziehen. Ja, ganz komisch, kann hier Schnellreise machen, aber was ist denn hier eigentlich? Ja, keine Ahnung. Ist das nicht geiler hier für Sora? Äh, Lilith? Keine Ahnung. Ist der da oben? Nein, glaube nicht, ne? Al, ist dein Frühstück? Ich habe Geld gemacht. Und du denkst, du hast mich verletzt. Du hast einen tollen Job. Na, diese Kruise hat sich helfen. Ein Haus, ein barn. Schau mal an diesen Ort. Ich kann nicht glauben. Danke, danke, beide. Es geht um ein Bier. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wir kommen wir haben es hier wir haben es gebraucht, während sie schlatschen das gebraucht ist besser, wenn sie es erwacht haben er ist alt und schick, er wird nicht lange dauern dann wenn sie kommen, werden sie für ein Gehirn kommen er war über dein Onkel, er ist schon wieder komm, sie haben jetzt gewonnen, wir gehen alles klar gehst du bitte vor Oh, oh, oh. Du hörst das? Ja. Wagen. Da. Da. Draggen jemanden. Ist das ein Uncle? Nein. Ein weiterer Beste. Lass uns folgen. Wir gehen. Das könnte uns in der Kamp. Keep on him. Machst du oder soll ich? Wenn er ins Kamp geht, werden wir alle hier schauen. Aua, hab ich den Fall schon gepröntet? Ich denke, ich sehe etwas. Aha. Ja. Das muss sein Camp sein. Was machen wir? Lass uns auf den Böder gehen. Schau da rein, alter Mann. Ah, da ist er. Okay. Okay. Ich kann keine Feinde sehen. Ich kann nicht viel durch dieses Mist. Kannst du auch schauen? Hold on. Oh. Benutze Fernglas. Alles klar. Oh. Mein Gott. Wir müssen ihn holen. Wohin. Wo sind sie? Keine Ahnung. Wo sind sie? Ich will nicht. Komm. Charles! Ey, ey. Danke sehr. Hinter dir. Charles! 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 Wo ist der Knopf? Ah, da. Okay. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Danke. Wir sind hier. Inschteilen Sie. Okay, we've got some time. Let's get Uncle. Uncle! You're okay, old man. I look okay. You look awful. You'll be okay. Those bastards. We've got him. Oh, look, we've got him here just in time. Have they got him in the back or what? Come on, Uncle. Come on. Here we go. Ready? Got him? Because here come the rest of them. There's more. More of them. Cover you. Come on. Down the... Wait. We have that track. Don't look. Oh, John. Oh, damn. Okay? Now, the right. Hey. Hey. Come on. Get me out of here! Move it! I don't... The horses! Abide! Behind the tree! Airshot! Protect the old man! Come on. Matt, move! Get up there! We're taking time! Let's go! We got one in them! Let's go, girl! I can hear you, my man! Weil er den Rücken ein bisschen zerfetzt hat. Wir sind raus. Wir sind nicht raus, bis wir sind zurück. Riech hart! Oh Mann! Wie ist das? Ich denke, es sieht besser aus, als es ist. Ernst ist nicht immer hier, Lisi. Natürlich, aber ich denke, es wird gut sein. Als es nicht infektiert wird, ist es viel besser, als ich mir gedacht habe. Hörst du das, alter Mann? Das könnte es sein, was es schlimmer ist. Er ist ziemlich schrecklich. Ja, ich glaube. Bleib mit uns, du altes Scheiß. Oh, nicht los, bitte. Over hier. Almost zurück. Hör in da, alter Timur. Ich fühle mich echt wunderschön. Das sieht gut aus? Uncle, Uncle, hey. Wir sind hier. All right, wir kommen dich weg. Ich habe dich, ich habe dich. Komm, wir kommen ihn, Uncle. Danke, Leute. Nicht sagen es. Ich dachte, ich war tot. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich denke, du bist zu sterben. Es wird okay. Ein paar Tage, du bist gut. Du bist ein Survivor. Easy, easy. Er wird gut. Du denkst, sie wird zurück? Vielleicht, aber ich wundere. Wir müssen die meisten von ihnen töten. Das ist deine Lande. War es ihr einmal? Ich glaube nicht. Ich habe ein Mann gesagt, die Skinner rode down zwei Jahre vor. Sie waren nur ein Mann, auf einem Rampage. Und wir sind in ihren Weg. Sort of wie wir waren. Ja, genau wie wir waren. Vielleicht sollten wir die Torture nehmen. Wir haben Uncle singen, stattdessen Torture. Wir werden hier sicher sein, John. Du, deine Familie. Wir werden hier sicher sein. Wir werden hier sicher sein. Ja, ich hoffe das. Ich hoffe das. Ich hoffe das. Wenn sie wieder zurückkommt. Ja, ich hoffe das. Ich hoffe das. Ich hoffe das. Ich hoffe das monitorieren. Ich hoffe das. Ach, guck an, wer da kommt. Was zur Hölle? Zu Fuß? Du, du, du... Ich... Du hast immer diesen schönen Weg mit Worten. Du bist okay, son? Sure, Pop. Kann ich nach Hause sehen? Sure. Gib ihm Zeit. Er wird warm up. Er ist ziemlich ein Ort, wie du hier hast. Es ist dein. Es ist dein. Es ist dein. Ich sollte ihn sehen. Wer ist mein neue Rival? Oh, das ist Rufus. Er ist... Läuel, dumm und wunderschön. Soll ich mich zu sehen? Das ist deine Idee, Frau? Ich glaube. Ja. Komm schon! Es ist dein. 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 Lilith. Du hübscher Roter. Schlag mich tot. Äh... Hab ich gesehen? Scheint aber hier komplett egal zu sein. Was ich entscheide, was er tragen soll. Ja. Ja. Komm. Gott. Dann mach ich selbst so. Das wundert mich, ne? Dass das jetzt so ein bisschen fehleranfällig ist. Das kann ich jetzt sogar verstehen. Dass Lilith den Blinden da nicht umrennen wollte. Aber was ich dem da an Klamotten verpasse, das spielt keine Rolle. Der... Eine Katzin weiter, trägt er wieder das, was er tragen will. Von mir aus. Aber jetzt! Okay, und eine Einladung. So, was haben wir denn da? Sehr geehrter Mr. Marston, ich bin entzückt, wahrhaft entzückt über die wunderbaren Freunde, die Sie mir geschickt haben. Zusammen haben wir wahre Kunst erschaffen. Leben als Kunst. Ich bemühe mich, einen in der Zeit eingefrorenen Moment der Glückseligkeit zu erschaffen. Und Sie haben mit den gesammelten Tieren erheblich zu meinem Glück beigetragen. Sie müssen mich einmal besuchen kommen und sich ansehen, was für eine Welt wir gemeinsam erschaffen haben. Ich stelle Sie dann Percival vor. Ich bin sicher, Sie werden ihn lieben. Spielen Sie Karten. Meine Freundinnen sind ganz verrückt danach. Oh, ich greife vor. Ich wohne direkt nördöstlich von Strawberry zwischen der Stadt und Montos Rest. Okay. Geh weg. Guten Morgen für Sie. Guten Morgen. Ist in Ordnung. So. Ja. Da ist das. Alles klar. Ballern wir da hin. Hab mir ja nicht umsonst so viel Arbeit gemacht, ne? Mit den Dingern da. Ich hoffe nur, dass die Quest jetzt genauso cool ist, wie die mit den Steinschnitzereien. Die war ja mal richtig gut. Mit der Zeitreise. Woa, woa! 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 Ich finde die Farbe echt geil von dem Pferd. Und sie macht nicht solche Zicken. Wie Rachel. Jedenfalls noch nicht. Obwohl Rachel wäre schon in der Zeit fünfmal gegen irgendwelche Zäune gerannt. Was denn? Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Und die Eternität ist nicht eine Eternität. Es ist eine Menge Eternität. Das ist warum mein Vater das Eternität nennt. Und er hat viele Menschen so schwer für Eternität. Dass sie sich selbst töten. Ich möchte es nicht. Ich wünsche nicht zu explodieren. Aha. Schlimmer an das Haus hier. Eine Tierpräparatorin. Die habe ich hier aber nicht gebracht. Die Weißwedelhirsche. Oh. Guck mal hier. Puma. Ah. Ah. Gut gemacht. Jetzt, 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 jetzt. Hallo, Frau Hobbs. Hallo, Derry. Hallo. Hallo. Sie sagten, Sie kommen zu dir. Mein Name ist John Marston. Ich habe Ihnen die Tiere für Ihre Art. Ich glaube, Sie machen die Kleine oder so. Kleine? Oh, nein. Ich denke, ich denke, Kleine, Derry. Komm, komm. Was machst du? Ich denke, Kleine, Derry. Kleine? 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 Ich weiß. Ich denke, noch Werk. Leben als Werk. Ah. Komm. Komm, meine Freunde. Komm, komm. Komm, komm. Es geht nach unterhalb. Komm, komm. Komm, komm. Komm und komm, was du die Welt teinstimmst. Komm. Das ist... Das ist... Das ist ziemlich etwas. Das ist meine Lebenswahrung, Gary. Eine allmighty-struggle. Ich liebe diesen kleinen Mann. Er macht mich so glücklich. Es ist so viel Leben in ihm, in a way. Und look at diese drei spielen Poker. Oh, sie werden nicht wissen, wer gewinnen, denn sie sind alle dead. Nur es sieht nicht so aus. Ich mache kleine 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 Sprüche. Und ich glaube, dass sie alle miteinander reden können. Sie sind zu einer anderen. Ich kenne diesen Mann, Percival. Ich weiß nicht warum. Und diese zwei hier, oh, sie sind Prizefighters. Obviamente, es gibt keine Prize, denn sie sind beide dead. Ich probiere das mit Menschen, während einer Schönerinbezüge. Oh, nein. Die Tiere sind besser. Der Schöne ist so schön. Ja, ich glaube, ich weiß nicht was zu sagen. Oh, ich oft das Reaktion. Ich bin sicher. Oh, hier, bitte nehmen das als ein Wettbewerb. Weil wir das alles zusammen gemacht haben. Kura? Du und ich sind beide wie Gott, jetzt. In einer Weise. Danke, ich muss weitergehen. Ja, vielleicht wenn du sterben, jemand wird dich verletzen. Und vielleicht ist es einfach so, wie das. Habt ihr gedacht, Deary? Nein, ich habe nie. Seid gut. Hi. Eichhörnchenfigur. Tja, alles, alles am Start. Wo ist meine Liv? Da ist meine Liv. Hm. Wisst ihr was? Wir haben doch da auch noch einen Serienkiller. So, und da habe ich geguckt, wie das da weitergeht. Guten Morgen, Freund. Wir haben doch einen weiteren Ort erreichen. Beziehungsweise einen weiteren Tatort. Na? Oh, guck mal, da ist noch ein Fragezeichen. Ja, gut. Hm. Ja, okay, kann ich mehr merken. So, was haben wir denn da für eine Quest? Ach, die beiden wieder. Schon wieder die beiden. Schönen? 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 Hä? Mach ich nicht. Dann mach ich nicht. Dann geh ich mir hier unten den Tatort angucken. Wie, 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 wie kann denn so was passieren? Ach, ja. Das Spiel war so, so gut vom, äh, von Beginn an, ne? Und jetzt zum, zum Ende hin kommen da solche Schnitzer. Das ist doch eigenartig, ne? Das ist doch eigenartig. Das ist doch eigenartig. Schönen? Oh, 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 oh. Ja, okay. So, das ist dann, wo mal Tatort Nummer 3. So, dann haben wir sie jetzt zusammengesetzt, die Karte. Du hast alle drei Teile der zerrissenen Landkarte gefunden. Benutze die Karte, um das Versteck des Mörders zu finden. Kannst du mich finden? Nee. Okay. So. Und da wir schlaue Dudes sind, ne? Gehen wir mal davon aus, dass der erste Tatort auch in der Nähe... ...seines Versteckes stattgefunden hat, ne? Nee, keine Ahnung. Ich habe natürlich geguckt. Jetzt war ich neugierig. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das packen wir ja eh nicht, aber vielleicht kriegen wir nochmal hier so ein Amulett, ne? Ja, das wär's ja nochmal. Lilith, bist du eigentlich schon auf Maximum, weil ich erinnere mich dunkel daran, dass ich innerhalb von 17 Minuten von Van Horn nach Blackwater reiten soll, ohne nasse Füße zu bekommen. Ja, das machst du ständig. Überall. Und das seit Jahren. Also das hier mit dem Mr. Black und Mr. White, das fand ich jetzt bescheuert. Das hat, äh, er schon wieder zu machen ist diese kleine Quest. Die haben wir schon gemacht. Hat zwar etlich lang gedauert, aber wir haben sie mit Arthur gemacht. Kann natürlich sein, dass die beiden wieder verhaftet wurden und wieder ausgebrochen sind, aber... Da hab ich keine Lust, das zweimal zu machen. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hm. Hallo, Herr. Wunderschön. Wunderschön. Nervt mich so ein bisschen, dass John immer wieder hier seine eigene Kleidung anzieht. Gefällt mir nicht. Grüß dich, Seamus. Dein Pommes sieht komisch aus. Vor allem lenkt er voll auf deine verballerten Zähne drauf. Gut. Was haben wir hier für 16,50? Satanka Bisonhorn. Was kann das? Verringert den im Nahkampf erlittenen Schaden dauerhaft. Okay. Nehmen wir. Nehmen wir. So, dann haben wir auch nur noch... Ja, das mit den Handschuhen, ne? Das ist nochmal so ne Sache, ne? Hast du jetzt... Ah. Lelef. Hast du dich schön ausgeschissen? Gut. Das Fiese ist nämlich auch hier, ne? Ja. Tja. Also, er kann sogar fünf Outfits speichern. Arthur konnte nur... Nur drei. Oder vier. Ne? So. Nur überall ist dieselbe Scheiße drin. Außer hier. Ja. Na gut. Wie ich das gemacht hab? Keine Ahnung. Okay. Ich weiß auch nicht, wie ich das abgespeichert hab. Kann ich auch nicht sagen. Spielt keine Rolle, aber... Kalle, so sollst du aussehen. Nicht allein den komischen Scheiß, den du da anziehst. Gut. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge geht's Richtung Valentine. Da versuchen wir dann das Versteck... Oh! Sweetie! Komm her! Tu es süßer! Ja. Na? Äh, da versuchen wir dann den, den, den Mörder, äh, ausfällig zu machen. Ja, dann weiß ich nicht. Die Perle ist wieder da, ne? Vielleicht schicken wir ihn dann auch mal hier, äh, in Valentine zum Friseur. Naja, und dann würde ich auch ganz gerne mal hier den, den Gabelbock mal langsam, ne? Weil da sind halt noch zwei legendäre Tiere. Die möchte ich mir auch noch. Und dann Nagel reißen. Jut. Aber, für heute soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch was. Bye, bye. Jut. Jut.